Die haben zwölf Kilo im Schnee. Muss man das mal reinziehen. So, reicht? Ja. Leid ab, leid zu. Der ist ja ein bisschen gemager. Leben zu fahren werden, du. Der ist doch der Blitz. Der darf Unterfallen. Nein. Der darf man ab. Gut. Das darf man ab. Das war's für heute. Das ist ein bisschen zu tun. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja gut, aber jetzt solche Riesenfische haben das auch Zufall. Ja, das Problem ist, ist der Platz, den Krabbeln an der Riesenfische haben wir jetzt. Die haben zwölf Kilo hier. Die haben zwölf Kilo hier. Die gehen nur einfach rein.